und willkommen zu einem neuen richtig saftigen vergleiche leute hashtag multivitamin büller und zwar einmal pyrodant kubik 5,2 gram neem pro stück und einmal von die baselilio copra 3r 4 gram neem und ja wir testen jetzt alle mal schön und dann gucken wir mal wer am ende hier stärker ist und das match gewinnt so ich habe mich jetzt hier oben eingerichtet erstmal kubi ja es geht, war jetzt nicht so geil der war schon besser, machen wir mal eine copra 3 hier copra 3r deutlich besser noch mal eine, weil es so schön war und jetzt nochmal der direktvergleich kubi ja doch, war schon ganz gut nice copra 3r eindeutig der gewinn an diesem match so und jetzt gibt es auch im anschluss die verlosung, die gewinnmitteilung dann bis gleich leute so leute, jetzt kommen wir mal hier zu der auslosung des gewinnspiels da hat mir ganz gut gefallen das gewinnspiel so leute, weil da hatte ich jetzt nicht so viel arbeit mit so ziehen wir jetzt einfach mal ein und gewonnen hat red tiger ja dann kannst du dich bei mir melden hast jetzt genau eine woche zeit ich bitte dich dann einfach die adressdaten zuzusenden und ja herzlichen glückwunsch und dann bis zum nächsten mal leute herzlichen glückwunsch